ich freue mich auf einen neuen wir machen heute ein tippe kur, mal sehen wie was wir machen können sagen wir legen einfach los und auch mit mir ja noch mit Luca, das habe ich komplett vergessen guck jetzt anstatt komplett leben kaputt ok ähm ja wir sind ja schon bei der ersten stage auf jeden Fall ey weißt du noch immer wo wir hier waren wir sind immer zu weit geflogen genau das passiert auch jetzt wir kennen die Map schon ne ja wir haben die ganz früher mal gespielt es regnet immer bei der Map das weiß ich noch das ist asozial später bei Rawride hey kann man es ausschalten, ich glaube dann hätte es ausschalten können ich habe einfach kein Gas gegeben nein, ich bin runtergerutscht ich nehme links, ja, du nimmst rechts ja warte, ich, ach ne, rechts ist doch diese scheiße und, was du damit auskommst guck mal, wo ich bin diga, ich schaff das nicht du musst, du musst, äh, du darfst kein Gas gehen, wenn du bei diesen Boostingern bist du darfst gar kein Gas gehen eigentlich du musst rechts rein nein, nicht das, nicht das, nicht das, nicht das, nicht das, das andere du bist fast da reingefahren, Alter du bist fast da reingefahren, Alter ich glaube, ich muss den Weg machen, oder, wie war das, ja ja, ja, du musst den Weg fick dich, Alter oh, ich werde schon mal vor, was mit drin ey, das Auto zusammen anders aus, kann das sein, was ist für ein Auto nein, das war ein anderes das ist weiter oben dann jetzt fahr doch mal da rein, Alter Lochkind, ey ach man, ich wollte jetzt runter warte, okay bereit, Achtung, Achtung Achtung, Achtung wir sind alle beide gelb, ne okay, ich bin drüben, haha ich nehme links warte ne, ich nehme jetzt rechts du warte, du musst ich nehme jetzt rechts guck mal, eigentlich hätten wir auch so machen können ja, es ist halt wirklich rückwärts früher so konkret drum, Alter sorry, ich bin immer noch ein bisschen erkältet ne wir haben, wir haben vor zwei Stunden oder so aufgenommen wieso, wieso steht da rechts so ein Auto ach, das bist du ich wollte, ey, nur geil, die Rolle war ich nur okay, warte, ich klettere drauf ich geh rechts, links ich geh rechts, links okay okay Digga, ich muss erstmal absteigen warte, Digga, sonst immer so wechseln immer so wechseln immer so wechseln ah, ich bin ich bin wieder dieser Rampenwagen ja, du musst wieder so eine Rampen stellen weißt du noch, wie ich es früher mal ausprobiert habe, ey naja, so haben wir es auch geschafft kann ich? ja, du hast nicht mal Go gesagt, ich fahr schon los ah, passt let's go bleib stehen ok 10 Kampel also jetzt kommt der Bauer nach dem Kumpel aber ich habe es berührt wenigstens ich kann auch mal so weit wie du kannst nach hinten naja ich kann noch ein bisschen der KB so weit wie geschieht im Wieselweiter hat sich runter kein problem für mich ich bums dich runter ich kann das hier ich weiß noch mal kurz warum können wir nicht tauschen auch verkürzt du mehr geht ich stelle mich jetzt mal mit dich hin wer kann jetzt schon ich komme jemand immer dann runterfällt dir mal vor du wärst wirklich in diesem krankenwagen dann fällt die so dachüber runter vor allem abends ist immer so ein lachkram ich will auch vor allem wie ich den Salto des Todes gemacht habe fährst du gerade hoch ich mache die Rehna und wenn du die Hörsen fahr ich gerade hoch outra ich kann manager fuck falt auf ein das oder mal das den du übernehmen da die gleiche ich gar nicht hinstellen müssen wenn wir nicht kommen wir für wir probiert diesmal die jetzmann er ich glaube es unmöglich mit jetzt kann man das glaube ich nicht schaffen hat er das überhaupt ausprobiert zu zweit das kann man ja gar nicht zu zweit ausprobieren was so lediglich möglich sagte er es kann geschehen hat seine leisung die Karte mehr nennen falsche ich auch wir müssen nach der links 0 ja ich hab die ich muss aber noch zum punkten aber ich habe einen Fall schon wieder nö ne doch ach so ich muss du musst zum boot du musst zum boot du musst zum boot du musst zum boot du darfst nicht hierher schwimmen wo ich bin bei dem punkt aufgesammelt hat ist es nicht mehr da du musst zum boot ich muss alle Leute wir haben das immer falsch gemacht wir haben das immer falsch gemacht wir sind immer alle zum boot wir sind immer alle zum boot hoher hoher jetzt jetzt musst du hier raufklettern ach so warte mal komm her mein bötchen hinsetzen kann sich jetzt mit nö ich sitz nicht mal pass auf es geht los das abenteuer beginnt respawn bitte ne ne warte es schaffen wir das schaffen wir das schaffen wir ich kann mich aufgabeln ich kann mich aufgabeln ich kann mich aufgabeln du steigst jetzt auf du steigst jetzt drauf ja du musst dir auf der Seite drauf warte nicht so Junge du gehst nicht hab jetzt gar nicht probiere es nicht nicht so krass bewegen ja von wegen dir sagst du nicht so krass bewegen du bist du schwer gewesen wo ist der Punkt Ey Junge hör mal auf siehst du den Punkt nicht da links ja aber ich komme da ganz schlecht hin ne warte ich land hier und dann du schon steig auf steig auf steig auf steig auf obwohl ich glaube ich brauche das nicht mehr ich brauche dich nicht nein nein sorry hab ich dich hab ich dich getötet nein landest du hier unten der Punkt ist hier wo ich gespawnt bin ich will dich wegcrashen ich will dich wegcrashen ich will dich wegcrashen ich will dich wegcrashen warte auf mich ich geh rechts du bist längs du bist längs boah wie ich echt geschleudert worden gabel mich auf du fliegst so niedrig alter guck mal ich bin Profi das ist komisch finde man kann kein gas geben wenn man da in luft ist ist ein cheater ich kann jetzt auch hier durch ne boah da ist ein häufiger stuntball was machst du da ich und zunächst den Punkt cheaten ich geh doch gar nicht ich muss ja erstmal hier unten den Punkt aufsammeln achso warte mal warte mal lass mich doch einfach mal los was passiert wenn ich jetzt respawne was was passiert mit dir ich bin unsichtbar ich bin unsichtbar wo bist du was oh mein gott warte 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 ich bin unsichtbar warte ich komm zu dir was ich bin ich bin unsichtbar ich bin unsichtbar warte mal ich komm zu dir bist du oben drauf auf der schwarzen plattform ja ich bin unsichtbar hallo hallo das ist nämlich als farm nein alter wo bist du warte mal ich probiere dich zu angeln fahr mal unter mich bin ich hast mich lange hallo hallo kannst du wieder nach unten bringen hallo hallo ist einfach respawn ja trotzdem und jetzt sag nicht du hast den Punkt nicht denn ich bin jetzt rawride fahrend ich hab den Punkt nicht hallo 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 das war's mit dem video falls es euch gefallen hat vergesst dich zu bewerten und natürlich falls ihr nicht verpassen wollt ihr den Kanal zu abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal möchtest du noch was sagen ja adios amigos ich geb euch einen Kuss auf die news und tschau leute hallo so freundlich das war's denn mit dem video wir sind es beim nächsten Mal falls es euch gefallen hat nochmal ja freundlich das war's mit dem video falls es euch gefallen hat nochmal ja freundlich das war's mit dem video falls es euch gefallen hat vergesst dich das Video zu bewerten jo freundlich das klatschen ist jetzt nur dafür da dass ich weiß wann ich cutten muss ok ha 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 mach dich scheiß aus jo freundlich nein jetzt wollte ich oh mein Gott jo freund jetzt